Grüß Gott und hallo liebe Freunde, heute an der Lastnitz bei Krattenhof zum fröhlichen Treiben. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, ausgestattet, wie ihr wisst, ist der Jägerweister mit Brawline Herox SS und 4,4 Kilo. Das ist halt die Obergrenze für diese Reifen ist. Und da sind schon ein bisschen modifizierte Einlagen drin, die um eine Spur wörter sind. Sonst wäre das Auto dafür schon zu schwer. Ja, ausgestattet, wie ihr wisst, ist der Jägerweister. Ja, ausgestattet, wie ihr wisst, ist der Jägerweister. Ja, ausgestattet, wie ihr wisst, ist der Jägerweister. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ok, da geht es einmal nicht, das muss man dann halt akzeptieren, ja, das wird da sicher einen anderen Weg aufgeben, da haben wir ihn schon. Es ist kein geputzter Weg, es ist einfach Offroad. Es ist einfach hier eine Art Schöne, die wir jetzt schon sehen sind. Also, wir gucken uns, ja, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen. Da geht es nicht, das ist ein bisschen. Wir machen, das ist ein bisschen. Und jetzt ist es das auch ein bisschen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.